Dies ist also so ein Bürstenkontakt, wenn er ganz neu ist. In der Tasche ist er jetzt etwas verbogen, aber hier sind dann diese, hier wird das dann angelötet, der direkte Kontakt mit der Orgel. Also halt die Koppeln zum Beispiel oder auch die Registe im Pedal, die da vorne betätigt werden. Und hier werden dann einfach beim Spiegeln durch ein Blech, durch ein Kupferblech, werden da die Kontakte geschlossen. Das drückt man in Wirklichkeit auch drauf, so mit meinem Daumen jetzt. Also mein Daumen ist es aus Kupfer.